wieso eigentlich mutz mutz also nicht mehr hallo und herzlich willkommen zu let's play together world of tanks mit m koi aggressiv und dämper schmutz fidel ist ja doch viel cooler als der andersherr muss spotten möchte ich ketten nein darf ich auf die schießen warum spottest du eigentlich nicht hier rechts immer um die kante da hast du schon zwanzig und gegner ich darf selber nicht aufgehen nein es gibt zwar nur im tüppel mache ich hier eigentlich ich habe zwei gewürzt fünf noch so ging die nicht an ihren kämpfe nehmen war doch recht mal die die da jetzt geht es los ich kriegst du nicht dran der schießt schon blind auf mich der schießt auf dem tiger hinter dir der schießt auf dem tiger hinter dir ach so weil auch so ein behinderte wichser tschuldigung liebe zuschauer ja aber gut dass ich da bin dann hatte das gesagt dass da musst du nicht weg fahren aber ich dachte er fährt mehr hin die sind alle links da hättest du langfahren müssen ja wenn ich so kann ich nirgends passiv spot passiv los komm hoch vk haudi da sind ja noch genug zu drei habe ich auch ja dann musst du mal rechts die linie fahren dann kriegst du alles auf das ist die eine oder was ja einfach da hinterm kreppkreis einmal so ein hügel ja ich muss aber die hier ist schon ein kleiner schwein ne darfst du bitte nicht stehen weil der 360 hat wirklich an meiner kette vorbeigeschossen aber ich muss ein spiel wieder neu starten ich habe konstant 30 frames per second 30 nicht gut ja jetzt wird es wohl nichts mehr mit deinen sieben spots nein musst du so machen wie ich blöd rumfahren dann hast du es schon ja aber ich darf eben nicht aufgehen also ich muss gescheit rumfahren also auf max view range theoretisch ja da aber pure aber ich muss nachmachen wieder die richtigen sounds einschalten ja hier oben ist ja viele tigers haben die wie du ich bin gebourenszeit ich hab die schon Art of Jupiter hinter was steht denn der jetzt? hinter dem gegner warum kriegst du den Namen dich nicht? ich kriege den nicht mehr, jetzt fässer ich mich rein jetzt kriege ich ihn an das ist ja nicht so, als wäre da noch ein tier 9 Panzer im Hintergrund äh, die haben nur noch eine Sue ne? dann ist der tier 9 Panzer einfach mal alleine oben hier ist der tier 9 Panzer nicht gerne noch einen 43er holen dann können wir ja in den ST1 circle gegen gemeinsames, ok? oh, das ist du die hab ich auch geklärt move your bitch T2 ich steh auf offenem Feld mit der ST1 auf mich irgendwann nicht ich auch nicht das ist so OP rechts die tier 940 und so Zeugs auch nicht sie finden wir uns nicht wegwerfen fahrt die ne? wenn wir tot sind, haben wir uns verloren hi, tschüss ach schneller aber ich hab den Spotting Damage Mist hoi wie gehst du mal mit? ja ich hab mich gebaut was machst du, Koi? ja, ich seh wo ist er? wo ist er? wo ist er? wie kann ich jetzt schießen? oh, jetzt bleibt die stehen nein ich bleib ja auf dem Obedarf stehen, das ist so n Shit gab's da nicht noch einen ST1 irgendwo? ja, da jetzt wo ich geschossen hab, ehrlich, ihr nur wir sollten auch in die Kette ziehen wollen wir? komm erst mal in die Kette 15 Sekunden schieße, egal was ihr macht ja, schieß oh, mit HE jetzt holen wir uns, komm ja, ich, aha ok ich glaube, Lex es kommt fahrt ihr sind wirklich, ich glaub, die schlechteste Zeitpunkte ich hab übelst die Lex es geht alles ok, du bist in ganz Deutschland er ist voll verwirrt einfach, boah, schießt die Art noch rein gut, dann geht's in dem Moment, ich fahr vor 300 ah und gehören ah, so ich weiß, wenn wir auf Flussung ok, sein Belastung, Lex dein Kampfschrei oh, nee oh, nee weee oh, shit wewweb bau ah, das war irgendwie fach es macht so Spaß, es ist so kass oh, wuhu hohohoho drin, nur dabei die grüne Scheiße, etwa auf uns geschossen hat die Krymer gar nicht gerannt oh, null, hi was war das denn beuuu mah oh mein gott, da ist uns gerade geiles gelegt waaah oh hey, das war richtig gut 0, 2 ach aber ich hab die Mission nicht geschafft ja, ich auch nicht, aber ich muss ja drei Ketten oder sowas Das wird im ST1 richtig... Die Ketten-Damage habe ich ja geschafft, aber... Ich fahr vor und auf einmal ping 300... Das auf den ST1, das war richtig geil, ne? Waffenbrüder oder Mentor oder... Waffenbrüder ist wichtiger im Panzer. Ja, bis das voll ist. Das ist der 5. Skill. Ja, dann mach's immer alles gut. Ne, im Moment fand ich billiger, wenn's billiger ist. Zurücksetzen und dann zum Beispiel Reparatur... Man sollte immer Reparatur der Tarnung auf den letzten... Ja, das hab ich alles schon. Reparatur und Tarnung hab ich schon. Ich hab auch Waffenbrüder. Ich hab irgendwie Rap voll gemacht. Sondern hab ich halt Waffen, also umgeschult... Ja genommen und dann wieder mit ähm... Mit Reparatur. Es ist egal. Der Panzer ist eh schon OP. Ja, ich hab auch 5% bei 88%. Das geht richtig ab. Ich freu mich schon, wenn ich mit meinem 6. anfangen kann. 6? 6? Ja, ich hab die Crew vom Type 62 drin. Ich hab die 59er Crew drin. Hä? Das ist ein... Schaut. Ja, man konnte das um... Irgendwie konnte ich das umbasten, glaub ich. Ja, dann hast du aber... G-Gil dafür ausgegeben. Jaja. Ja, das hab ich nicht. Die Type 62 Crew rein und fertig. Ich hab in die WZ Crew... Weil vom Type 59 kommen dann die Mets rein. Äh, die... In den... WZ Crew, da hab ich schon recht viele Reingepackt. Ah, ich bin blind. Das ist so hell. Ähm... Ja, Idee. Ja, hier links. Gehst du aufs Feld? Äh, aufs Feld. Ich bleib hier gleich. Einfach so stehen. Ich geh... ich geh... genau. Ich geh vor uns in den Busch rein und versuch ich die zu spoten. Das ist ne geile Idee. Das könntest du... Ich tu sie alle ketten und Killroy tut sie alle töten. Das ist auch mal ne gute Idee. Immer noch 30 frames per second. Ich muss den Rechnernay starten. Was ist da los bei dir? Was ist da los bei dir? Kaufe dir mal... Kein Alienwehr mehr. Du hast einen Alienwehr? Ja. An dem liegt's... Ach so. Komm, sieben Spots. Eins. Zwei. Zwei. Jetzt fahren wir alle nach, oder? Das kann nicht sein. Ich muss ketten. Wer macht denn das? Sogar war's aufgeklärt. Oh, ich bin offen. Schau nochmal jetzt. Macht Schaden an dem. 500 damage. Ich bin offen. Oh, ich hab schon wieder lags. Nein. Die Alte ist schon wieder mit deinem... Pfff. Tja, ich will den... Nee, geht immer rein. Okay, schade. Ich hab's nicht geschafft. Sieben. Ja, aber es war nicht schlecht. Das hat recht Damage gemacht. Das war's auch. Ich hab noch mal Spotty gekriegt, wenn ich die Aktion... Sein gut, es geht vor mir. Das war's auch. Ach du! Posten! Posten! Wie kommt denn jetzt hier ganz hoch mittlerweile? Nein! Schau. Oh, ich bin offen. Ich bin hier zugekommen. Hoi! Piu! Piu! Yay, mein erstes Damage. Yay, enjoy your Damage auch. So, auf den Jagdtiger, Koi. Ich hab gerade geschossen auf den Jagdtiger. Auf den Jagdtiger! Hab ich gerade. Ja, hab ich doch schon. Hast du auf den Jagdtiger schon geschossen? Ja, zweimal. Und auf den Jagdtiger hast du auf den schon geschossen, Koi? Ja, ja, zweimal. Haben die mehr als einen? Dann fragt sich welcher, oder? Ja, das ist blöd. Der unten. Der unten. Der auf C4, den hab ich geschossen gerade zweimal. Ich hab ihn gekettet, jetzt schieß auf ihn. Bitte. Ja, ich aimer. Ich aimer, ich aimer. Weil er durch die Kette kommt. Viel zu kurz. Ich hab wieder einen AT-Nerv. Ja, immer die AT-Nervs. Ja. Oder den C-D-C da unten. Der C-D-C? Ja, bin dran. Nimm lieber den Jagdtiger. Auf dich, wa? Was weißt du? Weißt du? Ja, aber dann krieg ich ja nicht ran. 12 Sekunden. Ich bin auf die Jagdtiger da unten drauf. Ja, der Pfost muss man weg. Bitte weg. Warte, ich mach ihn auf. Oder den WT da hinten. Moment, du kriegst einen noch an beiden. Nee, jetzt mach bitte den Jagdtiger zu. Dann kann ich da arbeiten. Ich bin eingeähmt. So, Jagdtiger. Schuss kommt. Jetzt sag mir nicht, dass du den nicht getroffen hast. Hast du den falschen Jagdtiger angeschossen, oder? Glaub ich nicht getroffen. Ich kann bloß den auf C4 anschießen. Den war sicher. Genau, danke. Da jetzt, wie ich nicht anschießen kann, der andere steht 10. Der WT geht aber nicht auf, wenn er schießt. Das ist der Scheiß. Nein, oh fuck. Ich seh auch da ab. Hau da mit Sachen ab. 1390. Ich denke immer der Typ, äh, was? Ja, oder? Turm drehen, Waffe wieder runterkriegen. Ich kriege erstmal safe da. Aua, was war das? Oh, das war das Funke. 1390? Ja. Moment. Ja, Moment. Das ist mal richtig hinstell. Ja, Warnschatz für dich, oder? Ja, aber da steht noch ein WC und ein Rheinmetall dahinter. Ja, nee, stimmt. Super. Ich bin dran, Super. Ja, da. Ich glaube jetzt. Ich habe ihn doch gerade rangekriegt. Tschüss. Den kriegst du nicht mehr rein dort. Nee, ich kriege ihn ja rein. Der steht safe. Tschüss. Ja, warte. Ja, warte. Ja, warte. Tschüss. Haben ihn. Sehr, sehr geil. Ah, das ist der WT. Da ist der WT. Gut. Ich ehme. Jetzt wäre der safe. Oh Gott, wer schießt den? Die hat ja geschossen. Ich nicht. Ui, der Rheinmetall hat vorschossen. Ich habe keine Ahnung, was mit dem ARTI los ist heute. Ist ja egal. Du hast 30 FPS. Das ist wichtig. Kannst du jetzt mal die ARTI töten, Vater. Wenn hier... Das ist hier Häuserkampf, was ich mache. Nee, das ist... Oder Felsenkampf. Schieß mal blind zu dem WT, der guckt da. Ja, ich kann gar nicht. Der ist doch fast raus. Den habe ich auch da vorne einen gegeben. Wo standen die ARTI eigentlich? Ja, ein einziger hinten drin, danke. Oh oh. Matti ist offen. Oh oh. Oh oh. Mama, was? Ey. Matti ist raus. Zum Kotzen, ey. Was machst du denn so ein paar? Ja, ich bin da runtergerutscht. Ganz sanft, ne? Aber richtig sanft. Ob das passiert, ich krieg trotzdem Fall-Damage. Genauso wie die Grille. Siehste? Der Jagdiger hat so einen Kick. Mal schauen, ob ich den Ruder ausplaschen kann dort. Oh, was hast du für eine Narbe auf dem Kopf, du? Wen? Na du. Ja, hat da was getroffen. Hat da was getroffen. Ja, ich jagge schon. Natürlich. War nicht so gut. Buf, jo, we, bie, 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 du. Oh, warte, warte, warte. Wo guckt denn der? Der guckt zum... Wie soll ich das jetzt bei mir? Ja, jetzt ist er weg. Wie soll ich das jetzt bei mir? Colly, was hast du gemacht? Oh, das stimmt. Jetzt habe ich 61 frames per second. Jetzt geht's wieder runter. Ich, weil ich nicht mehr. Jetzt habe ich 20. Siehste? Was ist das? Oh, le. Oh, le. Oh, le. Oh, le. Oh, le. Oh, le. Wegen, äh, Zug. Baf. Ja, genau. Ja, genau. Was jetzt? Ja, baf. Also den Jagdtiger habe ich zweimal getroffen. Ne, einmal getroffen. Den Jagdtiger? Den Jagdtiger hat den Miesig. Was habe ich? Wieso habe ich das scheiße? Anyway, liebe Zuschauer, ich wünsche euch zumindest jetzt einen wunderschönen Abend. Lecky, Abschluss und Outreinschöckung zu der Ein. TschüüüüüüüüüüüüüüüüüüÜuuh. Äh! Vielen Dank.